Wow, 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 wow. Und damit willkommen zu Among Us. Ein klein Traitor-Slash-Detektiv-Spiel, sprich die Survivor oder die Crewmate in dem Sinne. Wir müssen ein paar Aufgaben machen, damit wir gewinnen oder wir boten den Killer raus in einer Diskussionsrunde. Die Diskussionsrunde kann man über einen Emergency-Knopf starten oder indem man einen Toten reportet. Und der Verräter muss uns alle umbringen, bevor wir die ganzen Aufgaben erledigt haben. Bitte nicht, Maxi, bring mich nicht um. Habt ihr euch Pets gekauft? Ich hab ein Pets gekauft, ja. Ich hab's gemacht. Mit meiner simpel, beim simplen Aussehen, mit meiner Bescheidenheit. Sie ist kein loser Dreck. Einfach. Okay, seid ihr bereit? Noch nicht. Kann man hier bauen? Ich hab eine Waffe in meinem Inventar. Ist das richtig? Oben links seht ihr diese, ja, musst du ziehen und dann kannst du töten. Okay. Und dadurch kann ich's auch nicht töten? Äh, nee, bitte nicht. Ich weiß nicht mehr, wo ich ein Inventar hab. Also oben links sind unsere Aufgaben, ne? Genau, oben links sind unsere Aufgaben. Ihr habt auch eine Map oben rechts. Wo ist die Map? Da seht ihr dann über diese Ausrufezeichen, wo was ist. Und ein Traitor kann auch bestimmte Sachen sabotieren. Und mehr weiß ich auch nicht. Hilfe, wie komm ich hier raus? Und genau, es gibt ja solche Vans hier überall. Da können die Traitor auch reingehen. Kann ich jemanden reporten? Gibt's ein Traitor oder mehrere? Das muss ich hier machen. Es gibt ein. Komm, es wurde sabotiert. Dann bin ich schon mal nicht, weil ich war mir bis jetzt nicht sicher, was ich bin. 9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-4-9-3-9-3-9-3-3-9-3-9-3-9-3-8-9-3-9-3-9-4-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3 Irgendwas hat ich korrigивают. Die kommt wieder repariert. Es ist Mexi. Ach so, das war für dich. Ich hab nur was. Ich hab nur was Wii- Ich hab nur wasungs pomociert. Der war da, wo es sabotiert wurde. Ich hab's repariert, ich hab's repariert. Also wir gewinnen halt, wenn wir einfach nur die Task machen. Wenn ich auch ne Mine trete, weiß ich, wer Traitor war. Ach, enter den Code, da muss... Oha! Ah, guck mal! Reaktor meltdown, wir müssen schnell schon ein Reaktor. Reaktor! Wofür hat irgendwas kaputt gemacht, ich hab's genau gesehen. Ja, Fugu, ich hab's genau gesehen. Ah, nee, da ist der Reaktor, ist der da bei dir? Ich hab mich draufgesetzt, tut mir leid. Mist, nach Jon. Ah ja, der war da. Warum? Hä? Hier kann man jetzt, glaub ich, irgendwen rausrouten. Genau, man kann rausrouten und du siehst, wer reported hat, das ist immer dieser Lautsprecher rechts bei ihm. Alter, Mann, da hat er die Klappe. Ja, wer weiß, ein WhatsApp wird, glaub ich, vom Schiff gekickt oder so. Ah! Gute, gute, gute Discussion, ja. Guck mal, mein Pet! Oh, ist uns traurig. Echt jetzt? Ja. Ja. Emergency Meeting. Ah! Wir werden diese Meetings gestartet. Diese Meetings, entweder muss man Body reporten oder auf diesen Knopf da drücken, wo gerade Osav draufgedrückt hat. Bye bye, Osav. Sorry. Ich hab Fufu reported. Ah! Ja. Du hast mich umgebracht und instant reported irgendwie. Tschüss. Tschüss. Ich dachte, ich könnte Fufu's Leiche irgendwie verstecken. Ja, gewonnen! Guck mal, da sind die Geister der anderen. Warum wurde ich rausgekickt? Wie, wie, was kam am Anfang? Dass du wusstest, was du bist? Kann ich auf irgendwas achten? Das ist dann ganz fett. Ich bin Imposter. Okay. Und wenn man nix und steht, dann nix. Ah, Crewmate. Ah! Also ich hab grad Kabel repariert. Ich bitte nicht wieder rauswoten. Danke. Ach ja, auch wenn man tot ist, muss man seine Aufgaben noch weiter zu Ende machen. Sonst kann man, können die nicht gewinnen. Wir sind knapp. Ich glaub, hin und her. Mach grad. Oh! Ah, das war die Wartelste. Na ja. Ja, dann erzähl mal O-Saft. Was ist denn los? Leute, bitte. Ich bin's nicht. Aber ich weiß nicht wie. Man kann's nur einmal machen, Gider. Also ich glaub, es ist O-Saft. Ich hab keine Ahnung. Ich hab einfach verteilt gut. Danke O-Saft. Wie geht's alle raus? Wer die Seine rausgeworfen oder wird's random entschieden? Ah, okay. Niemand. Ah. B4. Bist du garbage? Fixed wiring. Ach, im Storage Room. Ah! Lange Kabel reparieren. Cool. Ja, ich hab gleich alles. Ist einer so böse? Irgendwie hast du gezwungen. Ja, irgendwie macht er grade noch nicht viel. So, das kommt die. Guck mal. Bei mir sind alle Wires repariert bei euch auch. Mhm. Oh. Rekker Meltdown. Kein Problem. Ich muss gerade schießen. Also man kann über die ganze Map sabotieren. Geht das über die Karte oder wie geht das? Wir brauchen zwei Leute beim Reaktor, sonst schmilzt der. Kann jemand noch herkommen? Ja. Wo ist der überhaupt? Hier durch, glaub ich. Zehn Sekunden. Neun Sekunden. Geht nochmal weiter hoch. Links, 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 Leute. Äh, warte. Äh, warte. Okay, es ist Zombey. Es ist Zombey. Es ist Zombey, Leute. Zombey hat grad Maximum gebracht. Warte. Ich konnte... Oh, it's Zombey. Kicken wir den Zombey raus. Oh, it's Zombey. 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 Oh, oh. Ich hab ja auch nichts gesagt, dass Ozaft mich getröbelt hat. Oh, wir würden das halt niemanden umbringen, wenn jemand da ist, oder? Richtig. Nur mal da den Zombey. Oh, okay. Ich glaub, Zombey hat X-Ray. Shhhh. Ich glaub, Maxi ist es. Oh, oh. Ich hätte Ozaft umgebracht. Reporten kann man nur, wenn man in der Nähe war. Also wenn man nen Körper hat oder so, oder? Also, das oder diesen komischen Knopf da? In der Cafeteria, glaub ich, war der? Ah, ja. Oh. Okay. Maudado. Maudado. Also, ich weiß nicht. Bist du sicher, dass wir das nicht waren? Also, ich weiß, ich weiß, hundertprozentig nicht. Also, Maxi, hast du Bock, einfach einmal Maudado rauszubauen? Nee, warum nicht? Maxi, Maxi. Okay, wir brauchen Maxi. Ich weiß wirklich nicht. Und wenn's Maxi nicht ist, ist es dann Maudado. Ich geh einfach mal auf Fufu. Okay, ich gebe Maxi. Nein. Also, Maxi war grad eben echt neben mir. Ja, ich hab' ich's gemacht. Das wär echt merkwürdig, wenn der auf einmal, okay, Maudado ist es anscheinend. Ozaft und Dichter zu nehmen, dann hat der. Ja. Vielleicht hat er, hat er irgendeine Drohne benutzt, oder so. Ja, es war Ozaft. Also, wirklich. Ich war doch grad eben neben Maxi. So, jetzt haben wir aber gewonnen. Der Minion ist weg. Oh, Heavy. Das ist ja komisch. Das kann ich ja gleich machen. 116 Sekunden irgendwie auf Kill-Cooldown. Ich will auch mal böse sein. Okay, Maxi ist es. Äh, Fufu ist bei mir. Fufu ist bei mir. Ah, ah. Nein, stimmt. Niemand. Netter Hund. Danke. Oxygen. Äh, hier oben. Ich geh mal zu dem unten links. John Beckern ja zu dem oben. Das sind zwei? Ja. Oh, ich brauch hier nen Code, um das. Oh, oh. Äh, 35626. Bei mir ist ein anderer Code. Ja, bei mir war's irgendwie 881 oder sowas. Also ist der Code für jeden anders. Fufu läuft so rum, so ziellos. Die ganze Zeit. Ich hatte rechts unten was. Bei der Cafeteria. Was hast du da gemacht? Hat er nicht. Ich muss ja so was machen. Ne, erzähl mit den Tags, den du da gemacht hast. Was? Muss der Code eingeben. Und rechts bei der Cafeteria drückt man so nen Knopf und dann sind das so hier, die es die Fuel transportieren. Geh doch mal hin. Dann siehst du, was ich gemacht habe. Ich hätte nur so nen Code eingeben müssen. Äh, Oxygen ist wieder manipuliert. Hier. Oh, hi. Hä? Es waren alle tot aus euch. Ja. Ja. Ey, Fufu einfach so auf sieben Meter oder so snipet hat mich dann so eine Zunge weg. Hä? Da kann ich mit Glück kommen, dass die anderen tot waren, Osaft. Ich auch nicht. Ich hab nicht mal mitbekommen, dass ich umgebracht wurde. Maxi, ich muss im Gegensatz zu dir grad wichtige Aufgaben. Hufu, bring mich um. Hufu, bring mich um. Also Fufu. Leute. Guys. Könnt ihr das mal machen? Ja, ich mach's. Ja, drückt doch den Knopf. Wo ist der Knopf? Oh, hier ist ein Kaffer. Oh, hier ist ein Kaffer. Ich drücke. Ah. Oh, ich bin tot. 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 Ich hab' nicht gerannt und auf einmal lag der so eine Leiche. Warte, warte, warte. Ich glaub es war Maxi. Okay, ich brauch jemand beim Reaktor. Nein! Ich bin beim Reaktor. Oh, das ist alles weg. Oh, es ist egal. Ich drück gleich den Knopf. Ich geh da nicht hin. Oh fuck, man kann den nicht drücken. Es ist ein Emergency. Okay, äh ja. Nein. Lass mal zu viert mit den und sobald einer stirbt, drück dir eine Leiche an und dann reporten wir den, der den umgebracht hat. Okay, okay, okay. Ich hab ja voll viele Tasks. Warte, der Task ist geil, es steht immer noch auf zwei von drei. Wechsel, wo bist du hin? Wechsel, wo bist du hin? Okay. Komm mal mit, ich muss dann noch ein Virus fixen. Bitte wach nicht. Ich muss hier was fixen. Okay. Oh, ich hab meine ganzen Tasks. Ich bin mit Maxi in der Schleuse. Ich hätte jeder Schlag gegeben. Ich geh rechts. Ich trau hier niemanden mehr. So. Hey, Eswar! Ousaf war schon tot. Warte, wo hast du Ousaf umgebracht, hä? Unten. Unten heimlich. Ganz gut, dass Mordata immer als Letztin überlebt. Ja. Okay, Maxi ist es nicht. Voll unreal, das ist zweimal hintereinander. Oh, Kurzem ist alleine richtig. Wir könnten auch einfach alle immer zusammenbleiben. Dann hat der Traitor gar keine Chance. Ah, dazu sind die Aufnahmen am witzigsten. Was mach ich hier? Ach so, eine Diagnose 80 Sekunden laufen lassen. Okay. Fuf, kommst du denn kaputt? Ja. Ich mach unten. Ich hätte dich schon hundertmal umbringen können. Ja, ich weiß. So. Hä? Hallo? Zombie hat nicht kooperiert. Mordano für Zomdano ist es ja. Wenn ihr mich rauskriegt und ich bin's nicht. Ich hab den Code eingegeben. Ich bin die ganze Zeit bei Maxi und er lebt noch. Maxi, lebst du noch? Ja. Ich war ganze Zeit bei Mordano. Raus mit dem. Nö. Aber er hätte mich umbringen können, die ganze Zeit. Wenn ich jetzt rausflieg und es nicht warte, dann war's Zombie. Ich hab für Zombie. Andersrum auch. Wenn's jetzt Mordano nicht ist, ist es Zombie. Mordano war bei mir. Okay, wenn Mordano nicht der Traitor war, dann war's Maxi auf jeden Fall nicht, weil er bei mir war. Also Ursaft oder Fufu. Ich sag Zombie. Schau doch mal, wie böse der Hund guckt. Lass mein Hund in Ruhe. Maxi weiß, dass ich nicht bin, weil ich ihn nicht umgebracht hab. Wir sind zwei Stunden, Maxi. Ja, aber Mordano hätte mich auch ganze Zeit umbringen können. Wir haben die Wahl. Wir haben 50-50-Chance. Wir haben eine 50-50-Chance, Maxi. Wir haben eine 50-50-Chance, Maxi. Wir haben eine 50-50-Chance, Maxi. Ich sag, das ist Zombie, weil er wollte unbedingt Mordano raushauen. Ja, weil er mich raushauen wollte. Ich sag Zombie. Mordano hat mir den Code oben eingeben. Ich sag auch Zombie. Hä? Was geht? Tschüss, ich geh zur Erde. Hä? Okay, warte einen Moment. Das ist nicht gut. Jetzt hab ich Angst. Nein, nein, nein. Ich will draufdrücken, ich will draufdrücken, ich will draufdrücken. Ich hab noch ein Voting, aber ich darf da nicht. Ich komm da nicht hin, glaub ich. Oh Mann. Ich wollte Mordano nur nicht unbedingt. Hätte alles ein Mindgame sein können. So, dass der extra so, weißt du, dann bist du auf der Seite der Kamera. Ach so, ich muss dafür alle anmachen. Hallo Fufu, bitte nicht step. Habt ihr Lichter repariert? Gut gemacht. Okay, ich glaub, es ist nicht Mordano, hätte mich umbringen können. Vertrau zum Mail. Er hat Lichter angemacht. Geh weg. Ich fühl mich sicher bei dir. Fufu, geh weg. Komm her, kusche mit mir. Nein Leute, bitte, ich bin belästigt. Fufu. Fufu. Ich uploade mal da das Video. Komm rein. Ich hab jetzt Lounge-Lounge-Made-Rund-Diagnostik gemacht. Ach so, warte, okay. Okay, ich komm rein. Ich bin mal kurz hier. Sommel ist hier, Sommel ist hier. Sommel verfolgt mich wieder, er ist schon wieder. Hilfe! Sommel, halt Abstand, ich bote dich raus. Okay, nein. Wir trocken instant mit dem Tisch. Wir sind alle fest fertig. Und zum. Und zum. Ursat, kannst du nicht bei deinem Tod meinen Namen noch schreien? Ja, wir wollen einfach nur schreien, dass er dich sieht, oder? Ja. Also da war es halt wirklich so, ich hab dich grad gesehen und dachte mir so, Hallo, und zum. Und zum. Ich halt einfach Abstand. Social Distancing. Ja, ja, ich wollte gerade sagen. Ursat, red ich nicht mehr mit mir, okay? Schon aufgegeben. So, ich geh mit Fufu nach unten rechts zur Cafeteria. Ich darf alleine rum. Ich bin bei Maxi, ich war hier oben. Aber er geht gerade. Hallo Fufu, warum kommst du so nah an dich ran? Hi. Ich wollte nur ein bisschen einen Schluck haben. Ich hab die Dosen für dich repariert. Muss ich noch mehr von? Ich will einen Schluck haben. Ursat ist bei mir. Ein A2 muss ich bestellen. Jetzt geh ich aus der Cafeteria raus. Also ich hab noch eine Aufgabe da. Ich geh nach oben ins Office. Ich geh nach oben ins Office. Ich beobachte dich nur. Ich mach hier ne Doku für mein Leben hier in der Station. Ja. Ich repariere jetzt Kabel, während Fufu in meiner Nähe steht. Mach ich. Wir können das schaffen. Äh, Report. Hier ist ne Leiche. Oh, okay. Fufu ist hinter mir. Hier war ne Leiche. Von Maxi. Hm. Ja, wo ist die Leiche? Ich hab Maxi zuletzt gesehen. Ich hab Maxi zuletzt gesehen. Also Zombie oder Fufu muss es sein. Weil Osaf war eigentlich gar nicht. Sie seid bei mir oder hat mich nicht gesteppt? Also ich hab keinen Maxi gesehen. Also ich hab keinen Maxi gesehen. Wenn wir den Falschen rausvoten, dann bringt uns der Letzte direkt um. Warten wir halt einfach nicht direkt stumpf, sondern besprechen. Ich worte einfach für das, was Osaf gewartet hat. Dann, hallo? Okay, ja gut. Dann hat er halt. Also wenn's Fufu nicht war, dann sind wir halt tot. Dann worte ich für mich auch. Juckt. 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 Ja gut Leute. Seht gut. Mein Vlog hat mich gerettet. Woa, 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 wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, lasst es mich gerne wissen. Falls ihr jetzt noch mehr von solchen Videos sehen wollt, ist links am Video und rechts ist mein letztes. In der Mitte könnt ihr mich abonnieren und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Bye-bye.